Das, das sind wir. Spieler, Lebenskünstler, Sportler und Entdecker. Hier, wir haben Träume und lassen andere daran teilhaben. Auf unsere Weise und wann immer, wann immer wir wollen. Wir, wir nehmen uns Zeit. Zeit zuzuhören, Zeit zu diskutieren. Auf unsere Weise. Willst du uns erreichen, dann sprich unsere Sprache. Unsere Stimme, unsere Sprache.